Ich möchte Ihnen mal zeigen, was es heißt zu studieren und wie das mit dem ersten Semester so losgeht. Ich nehme als Beispiel meine eigene Hochschule, das erste Semester in der Informatik, hier Bachelor of Science. Aktueller Ausdruck, bitte nehmen Sie den nicht unbedingt als den endgültigen Terminplan, das ändert sich noch, aber das dient hier mir gerade nur zur Anschauung als Beispiel. Hier oben habe ich mal aufgetragen, das bekommen Sie alles im ersten Semester erzählt. Welche Fächer es gibt, es gibt typischerweise in vielen Studiengängen, dass Sie fünf Module über ein Semester haben und dann können Sie, das bekommen Sie alles in den Einführungstagen erzählt und Sie können so etwas nachschlagen in der Prüfungsordnung und dem Modulhandbuch. Da finden Sie zum Beispiel raus, dass die Einführung in die Programmierung, OOP, objektorientierte Programmierung, aus einer Vorlesung, einer Übung und einem Praktikum besteht, jeweils zweistündig, diskrete Mathematik, vier Stunden Vorlesung, zwei Stunden Übung und so weiter. Die Abkürzungen, das lesen Sie gleich alles hier. Die erklären sich dadurch dann von selbst. Jetzt schauen wir mal an, ich habe hier versucht, den aktuellen Stundenplan für Sie zu nehmen, auszudrucken, für das erste Semester Informatik Bachelor und versucht, den ungünstigsten Stundenplan zusammenzustellen, der sich da ergeben könnte, weil es gibt einige Termine, da gibt es Wahlfreiheiten. Nehmen wir mal gerade die objektorientierte Programmierung, da gibt es die Vorlesung, da gibt es die Übung und dann habe ich Ihnen hier das Praktikum rausgesucht. Es gibt hier noch ein paar alternative Termine, beziehungsweise hier liegen einige parallel. Oder nehmen wir diskrete Mathematik, wo haben wir es? Da ist die Übung, da ist die Vorlesung, da müsste es noch, sehe ich gerade nicht, wo ich so nah da bin. Hier, da gibt es noch da die Vorlesung, zweimal Vorlesung und einmal die Übung, das sehen Sie hier, V4 und Ü2. Wenn da immer so zwei steht, dann sind das immer anderthalb Stunden. Grundlagen der Informatik sehen Sie, das biete ich diesmal an. Nehmen wir hier die Vorlesung und dann haben wir noch die Übung am Freitag. Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen, das sehen Sie hier verteilt. Das bietet ein Kollege an, der wechselt hier manchmal das mit der Vorlesung, das werden Sie da alles erfahren. Rechnernetze und Ihre Anwendung haben wir auch noch hier im Plan eingetragen. So, jetzt schauen wir uns das mal an, was das für Sie bedeutet zum Studieren. Montagmorgen stehen Sie da früh auf, wahrscheinlich nicht. Nehmen wir mal an, Sie nehmen sich eine halbe Stunde vorher Zeit, bevor die Vorlesung beginnt, sich nochmal mit dem Studium zu beschäftigen. Nehmen wir an, das tun Sie am Dienstag genauso, am Donnerstag genauso. Und am Freitag haben Sie ein bisschen mehr Zeit, weil es geht für Sie dort erst um 11.30 Uhr los. Sagen wir mal, das hier sind zwei Stunden, die Sie am Morgen nutzen für Ihr Studium. Wir gehen davon aus, dass Sie immer bis 18 Uhr um den Dreh studieren. 18 Uhr. Das heißt, wenn Sie hier fertig sind, dann haben Sie noch Mittagessen, dann haben Sie von 2 Uhr bis 6 Uhr vier Stunden Zeit fürs Studium. Am Dienstag ist das ein wenig zerrissen. Sie haben hier anderthalb Stunden, eineinhalb. Dann die Mittagspause, die wollen wir nicht unterschlagen, die ist hier nicht besonders gut hervorgehoben. Und dann ab halb vier haben Sie wieder Zeit bis 18 Uhr. Das sind dann also zweieinhalb Stunden. Hier haben Sie morgens gar keine Zeit mehr. Und hier wieder ab 15.30 Uhr ungefähr zweieinhalb Stunden. Hier sind Ihnen zweimal anderthalb Stunden Blöcke frei. Das Mittagessen liegt dazwischen. Das sind drei Stunden. Wenn Sie an dem Tag fertig sind mit dem Praktikum, dann sehen Sie, das geht bis 17.15 Uhr. Dann haben Sie, sagen wir, noch eine halbe Stunde Zeit, bis wir 18 Uhr haben. Und den Freitag, tut mir leid, müssen wir auch mal durchplanen, auch wieder zweieinhalb Stunden am Nachmittag. 2,5 Stunden am Nachmittag. So sieht Ihr Studium aus, wenn Sie das füllen wollen im Sinne eines Berufs, wie ich Ihnen das in einem anderen Video dargestellt habe. Jetzt gucken wir mal gerade, was wir so auf Zeiten kommen. Eine halbe Stunde, noch eine halbe macht eine, anderthalb, plus zwei sind dreieinhalb, vier, fünf, acht Stunden, zehneinhalb, elf und nochmal fünf sind 16, sind 20 Stunden. Also wenn ich mich hier nicht vertan habe, sind das 20 Stunden die Woche, die Sie außerhalb der Vorlesungszeiten aufbringen. Diese orange markierten Sachen, Ihre Anwesenheitszeiten, das habe ich Ihnen hier oben in die Ecke geschrieben, das sind 18 Anwesenheitsstunden. Wenn wir das zusammen addieren, kommen Sie auf eine 38-Stunden-Woche. Erschrecken Sie nicht, aber so sieht eine studentische Realität aus. Was wir daran lernen können ist, das eine ist, wenn Sie nebenher einen Job machen wollen, wo soll das hierhin passen? Wenn Sie arbeiten gehen müssen oder das unbedingt tun wollen, dann hat das Einfluss auf Ihr Studium. Seien Sie nicht so anspruchsvoll, dass Sie glauben, Sie könnten studieren und nebenher einen Beruf ausüben, irgendwo müssen Sie Kompromisse machen. Entweder Sie verschieben deutlich Zeiten ins Wochenende zum Studieren, ist häufig unrealistisch, oder Sie streichen einen Tag und dann sehen Sie, Sie sind zum Beispiel zwei Fächer betroffen. Das heißt möglicherweise, dass Sie sich entscheiden müssen, ein oder zwei Fächer weniger in einem Semester zu machen, um angemessen Zeit zu haben, denn Sie brauchen etwas drumherum. Jetzt tun wir mal gerade so, oder andersrum gesagt, wir wollen uns mal damit beschäftigen, was sind denn die wichtigsten Zeiten zum Studieren. Vielleicht passt Ihnen das gar nicht, dass das so viel ist. Identifizieren wir doch mal, was ganz, ganz wichtig ist. Was immer ganz wichtig ist, ich erkläre es Ihnen gleich noch, das sind die Zeiten davor. Hier haben Sie ein Problem, da geht das nicht. Da müssen Sie anfahren und sowas. Die Zeiten vor einer Veranstaltung. Hier auch. Und was noch wichtig ist, sind die Zeiten nach einer Veranstaltung. Also hier und da, da, da und hier. Und ich veranschlage jetzt mal grob ungefähr eine halbe Stunde immer auf die Zeit, wo dieser gelbe Strich ist. Warum das Ganze? Sie glauben gar nicht, wie irre effizient es ist, wenn Sie den Tag damit beginnen, Ihre nächste Vorlesung damit beginnen, dass Sie sich noch mal klar machen, für eine halbe Stunde. Was haben wir in dieser Veranstaltung in der letzten Woche davor gemacht? Was sind meine Ergebnisse? Was sollte ich können? Also Reflexion, Aufarbeitung. Sie werden dann erheblich mehr davon profitieren, zu verstehen, was die Veranstaltung, die Sie dann besuchen, von Ihnen will. Sie sind anschlussfähiger, Sie haben wiederholt, Sie haben vertieft, Sie in Ihrem Gehirn tut sich etwas und verknüpft sich etwas. Genauso ist es, wenn Sie so etwas hinter sich gebracht haben, eine halbe Stunde sofort hinsetzen, sich überlegen, was haben Sie denn in der Übung objektorientierte Programmierung eigentlich gemacht? Was haben Sie in der Vorlesung gehört? Was ist die Essenz? Was ist das Wichtige? Machen Sie sich zum Beispiel eine Lernkarte oder eine Mindmap oder eine Conceptmap. Schreiben Sie sich wichtige Erkenntnisse raus. Was war eine Frage, die Sie beschäftigt hat, die Sie jetzt noch nicht gelöst haben? Das ist relativ wenig Aufwand mit einem riesen Boost-Effekt, den Sie hier haben. Auch genau da, das habe ich hier noch vergessen, das danach zu machen, auch wieder vor der Veranstaltung, nach der Veranstaltung. Und machen Sie nicht den Fehler wie an so einem Mittwoch. Der fängt hart an. Sie haben eins, zwei, drei verschiedene Fächer, hier Übung, Vorlesung. Sie haben keine Zeit zur Vorbereitung am Anfang und Sie müssen gegen Ende wieder Zeit haben zur Nachbereitung der Veranstaltung. Und jetzt ist die Versuchung sehr, sehr groß, dass Sie gegen Ende schnell nach Hause wollen und nichts mehr für das Studium tun mögen. Bitte tun Sie das auf gar keinen Fall. Die Zeit hier ist wichtig. Sie brauchen die Zeit und die Gelegenheit, nachzuarbeiten, was Sie dort gemacht haben in der Veranstaltung. Auch hier wieder reflektieren über das erste Fach, über das zweite Fach, über das dritte Fach, das zusammenzutragen, aufzuschreiben, sich zu notieren. Wenn Sie das nicht tun, dann können Sie den Tag im Grunde in die Tonne treten. Dann hätten Sie auch gar nicht hingehen müssen und in die Veranstaltung gehen zu brauchen. Genau so ist es hier, kurz davor, das, was Sie in diesem Drei-Stunden-Block machen. Idealerweise sollten Sie sich mit Aufgaben sowas beschäftigen, aber wir sind gerade an den wichtigsten Zeiten. Wieder davor und danach. Davor und danach. Das ist das absolute Minimum, was Sie investieren müssen und sollten, um gut und reflektiert studieren zu können, was Sie drumherum so alles machen. Das wird stark getrieben durch die Aufgaben, die Sie in den verschiedenen Veranstaltungen bekommen und die müssen Sie dann einplanen in solche Blöcke. Aber machen Sie einen Plan, sonst treibt Ihr Studium relativ unstrukturiert vor sich hin und das ist nicht besonders zielführend. Und sonst treibt es, sonst wird es sich irgendwie ergeben mit ein wenig Glück, dass Sie durch das Semester kommen. Sie werden merken, wie Sie in einigen Fächern ins Hintertreffen gelangen, wie Sie irgendwann plötzlich nicht mehr mitkommen und dann macht das Studieren auch gar keinen Spaß mehr. Investieren Sie also die Zeit, machen Sie sich klar, was Sie leisten können. Denken Sie auch nochmal darüber nach, das Studium ist nicht so, dass Sie immer gleich weglaufen können und sollten. Heißt auch an solchen Stellen, sich vielleicht mal von seinen Kommilitonen gerade verabschieden, sagen, komm, ich muss mal in mich gehen, in die Bibliothek laufen. Kleines ruhiges Plätzchen, das sind Ihre wertvollen Zeiten. Denken Sie da dran, das Studium ist im gewissen Rahmen das, was ein Beruf ist. Sie dürfen eine Menge Spaß haben, hier ab 18 Uhr ist Schluss und das Wochenende ist hier im Augenblick auch noch frei. Manchmal müssen Sie vielleicht noch zwei bis drei Stunden hier investieren, aber dann ist auch wirklich gut. Das heißt, danach können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Sie können Social Media machen, Sie können Internet surfen, Sie können Sport machen, Sie können sich treffen, Sie können Partys machen, Sie in eine Kneipe gehen. Alles geht wunderbar zu vereinbaren mit dem Studium, aber Sie können das nicht die ganze Zeit machen. Okay, das mal erste Gedanken, wie so der Studienstart aussieht, was da so auf Sie zukommt und wie Sie dran gehen können, Ihren Tagesablauf und Ihre Woche zu planen. Viel Erfolg dabei und wenn Sie Tipps haben, auch höhere Semester, ein jüngerer Semester, gerne in den Kommentaren. Ich freue mich und wenn Sie Fragen haben, natürlich auch. Danke.